Gerade jetzt ist Blutspenden besonders wichtig. Kranke und verletzte Menschen, die aktuell aus der Ukraine zu uns kommen, sind auch auf Blutkonserven angewiesen. Doch die Vorräte in Österreich sind niedrig. Helfen Sie uns dabei, diesen Menschen zu helfen. Blutspenden rettet Leben. Wo Sie in Ihrer Nähe Blut spenden können, erfahren Sie auf gibdeinbestes.at Untertitelung des ZDF für funk, 2017